16 Stunden Fasten und nur 8 Stunden Essen und das jeden Tag. Dahinter steht die 16 zu 8 Methode, die gängigste und beliebteste Variante des Intervallfastens. Heute möchte ich darüber sprechen, wie diese Fastenmethode genau funktioniert, wie du sie am besten in deinen Alltag einbauen kannst und worauf du besonders achten solltest. Deshalb bleibe auf jeden Fall dran. Wie gerade schon erwähnt, ist die 16 zu 8 Methode eine Form des Intervallfastens. Das Intervallfasten ist eine Form des Fastens, die in den letzten Jahren zu Recht stark an Beliebtheit gewonnen hat. Beim Begriff Fasten denkt man ja erstmal daran, für ein oder sogar für mehrere Tage nichts zu essen, also einen vollständigen Nahrungsverzicht, den man dann mit dem Fastenbrechen wieder beendet. Das ist das klassische Fasten. Beim Intervallfasten sieht es da anders aus. Hier geht es nicht um einen Nahrungsverzicht, sondern in erster Linie um das Timing der Mahlzeiten. Man bringt alle Mahlzeiten des Tages in einem möglichst kleinen Zeitfenster unter, um dadurch tägliche Fastenintervalle zu schaffen. In diesem Zeitraum kann man aber alles, was man vorher gegessen hat, weiterhin zu sich nehmen. Die Gesamtkalorienbilanz bleibt somit gleich. Deshalb ist das Intervallfasten für mich auch weniger eine Diät, als ein Bestandteil einer gesunden Ernährungsweise. Bei der 16 zu 8 Methode nimmt man alle Mahlzeiten des Tages innerhalb von 8 Stunden zu sich und die übrigen 16 Stunden des Tages fastet man. Wo man dieses Zeitfenster hinlegt, ist dabei relativ egal. Eine konkrete Zeitvorgabe würde hier auch keinen Sinn machen, weil jeder ja einen anderen Alltag hat und für sich individuell schauen sollte, wie es zeitlich am besten passt. Man sollte aber trotzdem darauf achten, die letzte Mahlzeit des Tages nicht direkt vor dem Schlafen zu essen, damit der Körper die Verdauung vorher abschließen und sich im Schlaf auf die Regeneration konzentrieren kann. Ich würde empfehlen, erst später am Tag mit dem Essen zu beginnen und auf das Frühstück zu verzichten. Man kann beispielsweise zwischen 10 und 18 Uhr oder zwischen 12 und 20 Uhr essen. In beiden Fällen hält man sich an die 8 Stunden und hat zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafengehen noch genug Zeit, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man um 22 oder 23 Uhr ins Bett geht. Die meisten Menschen haben morgens sowieso direkt nach dem Aufstehen noch keinen Hunger, weil der Körper sich direkt nach dem Schlaf noch in der Ausscheidungsphase befindet und keine Nahrung benötigt. Viele haben sich aber trotzdem antrainiert, morgens zu frühstücken, weil es ja immer heißt, das Frühstück sei die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Man kann guten Gewissens auf das Frühstück verzichten. Wer das aber nicht möchte, beispielsweise weil es ja auch ein sozialer Faktor ist, mit der Familie zusammen morgens zu frühstücken, der kann das selbstverständlich auch tun und das Fastenzeitfenster beispielsweise zwischen 8 und 16 Uhr unterbringen. Jetzt stellst du dir bestimmt die Frage, warum soll ich meinen Körper mit Absicht hungern lassen? Das ist doch völlig unnatürlich. Dabei sind es in Wahrheit unsere heutigen Lebensumstände, die unnatürlich sind. Heutzutage steht uns Nahrung ständig im Überfluss zur Verfügung. Dadurch essen wir viel zu viele Kalorien und wir essen vor allem auch den ganzen Tag über. Mit dem Frühstück direkt nach dem Aufstehen, dem Mittagessen, dem Abendessen, mit Zwischenmahlzeiten und im schlimmsten Fall noch mit einem Snack direkt vor dem Schlafen gehen. In der Menschheitsgeschichte gab es jedoch immer Zeiträume, in denen die Menschen keine Nahrung zur Verfügung hatten und auf Nahrungssuche gehen mussten. Deshalb ist unser Körper genetisch sehr gut an Fastenperioden angepasst und nutzt gerade diese Zeit für die Regeneration. Durch das ständige Essen heutzutage sind wir diesem evolutionären Hungerstress aber so gut wie gar nicht mehr ausgesetzt und blockieren wichtige Regenerationsprozesse. Dazu zählt zum Beispiel die Autophagie. Die Autophagie ist ein Prozess, mit dem unsere Zellen ihre Energieversorgung sicherstellen. Der Körper baut nämlich zelleigenes Material, wie viel gefaltete Proteine oder sogar beschädigte Zellorganellen ab und recycelt sie, sodass aus ihnen mittels Gluconeogenese neue Energie gewonnen werden kann. Gleichzeitig verhindert die Zelle durch die Autophagie, dass sich schädliche proteinhaltige Ablagerungen bilden und sie erneuert beschädigte Zellorganellen, um die Funktionsfähigkeit der Zelle zu erhalten. Die Autophagie ist somit ein wichtiger Bestandteil der zellulären Qualitätskontrolle. Sie wird aber nur dann richtig in Gang gesetzt, wenn wir über einen längeren Zeitraum nichts essen. Denn wenn über die Nahrung ständig genug Energie zur Verfügung steht, hat die Zelle keinen Anreiz, das Recyclingprogramm zu starten. An der Stelle muss man aber sagen, dass man mit der 16 zu 8 Methode in Bezug auf die Autophagie nicht das Optimum rausholt, weil sie erst ab 12 bis 14 Stunden langsam in Gang kommt. Wobei das auch ein Stück weit individuell ist und von der Größe der Glykogenspeicher und dem Kalorienverbrauch einer Person abhängt. Das höchste Autophagielevel erreicht man aber erst bei längeren Fastenperioden. Ich bin trotzdem ein großer Fan der 16 zu 8 Methode, weil sie für die meisten Menschen relativ leicht in den Alltag einzubauen ist und man damit schon eine Menge für die Gesundheit tut. Und wenn man dann merkt, dass man mit der Methode gut klarkommt, kann man ja immer noch schauen, ob man die Fastenzeit noch verlängern möchte. Aber selbst wenn nicht, hat man gegenüber dem klassischen Fasten immer noch den Vorteil, dass man das Intervallfasten zu einer festen Gewohnheit machen kann und die Autophagie täglich anregen kann, weil man sich ja kalorisch nicht einschränken muss. Und das ist besonders von Vorteil für Personen, die sowieso schon eher dünn sind und durch das Fasten nicht noch mehr Körpergewicht verlieren möchten und für Sportler oder Berufstätige, die jeden Tag ihre Leistungen abrufen müssen und sich ganze Fastentage nicht leisten können. Aber auch unabhängig von der Autophagie gibt es noch weitere gesundheitliche Vorteile, die das Intervallfasten mit sich bringt. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau dir gerne mal das Video an, das ich dazu hochgeladen habe. Das verlinke ich dir mal oben rechts in den Infokarten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal für mehr Infos zum Intervallfasten, aber auch generell zu einem gesunden Lebensstil. Wenn bei dir noch eine Frage zum Intervallfasten offen geblieben ist, dann schreib mir die auch sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.